Der Boden ist total verwüstet. Gas strömt aus und hier steht ein Turm. Gasgewinnung ohne Rücksicht und so schädlich wie nur möglich. Typisch RDA. Du musst den Durchfluss bei den Druckausgleich-Türm erhöhen und eine Notlüftung erzwingen. Halt nach Flammenausschau und fiel schnell darauf. Wenn das Gas abgefackelt wurde, geht der Normalbetrieb weiter. Das ist besonders hässlich. Halt einfach die Schnauze! Okay, ich hab nie ein Kilo weiter vor dir. Geht dir auch mal die Luft aus? Du redest zu viel. Was haben sie dir angetan? Ja! Ja! Du redest drängt! Halt auf! Was ist denn was? Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Und ich werde es töten. Hier ist was. Wir müssen es finden. Ich will das nicht. Ich will das nicht. rolling los Bradley Gold Oh, 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 oh! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.